Hallo zusammen. So lustig es auch ist, sich über Idioten zu beömmeln, möchte ich mal was halbwegs Interessantes machen. Und zwar möchte ich erklären, was ein Strohmann-Argument ist. Und zwar anhand eines Beispiels. Das hier ist Bruder Silvio oder Silviu oder Psyli Billy oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Und ich weiß, es ist gefährlich, ihn als Beispiel zu benutzen, weil Silvio hat eine GmbH und könnte mich versuchen, damit zu verklagen, weil er nicht weiß, wie Gesetze funktionieren. Das Ganze beiseite, erklären wir kurz, was ein Strohmann-Argument ist. Ein Strohmann-Argument ist im Grunde die Karikatur eines Zweikampfes. Es treffen sich zwei Ritter, es wird gesagt, wir kämpfen bis zum ehrenhaften Tode. Und weil der Ritter den anderen nicht besiegen kann, klaut er ihm die Rüstung, stopft sie mit Stroh aus und reitet dann auf dem Turnierplatz den Strohmann um. Oder um das Ganze ohne Game of Thrones-Footage zu erklären. Beim Strohmann-Argument nimmt man das Argument eines Gegners und macht eine andere Version daraus, die einfacher zu besiegen ist. Und da kommt Silvio ins Spiel. Und zwar mit diesem Schmankerl. Dass das Leben sehr primitiv und einfach begonnen haben soll. Die Menschen in der Antike waren dumm und primitiv. Wie sie die Pyramiden gebaut haben, wissen wir nicht. Die Veränderung ist vielleicht nicht super offensichtlich, wenn man nicht drauf achtet. Also hier noch einmal der geänderte Teil mit Bildmaterial. Das Leben, die Menschen, das Leben, die Menschen, das Leben, die Menschen. Wichtig bei einem Strohmann ist, dass die Täuschung zu einem gewissen Grad Sinn machen muss. Das heißt, in diesem Fall wird aus das Leben, wie in alle Lebewesen und deren Entwicklungen und Urahnen und so weiter, einfach die Menschen. Ein Teil des kompletten Ganzen, das Leben. Genauso macht er hier aus dem Anfang die Antike, weil beides relativ weit zurückliegt. Aber in der Regel machen Strohmänner relativ wenig Sinn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. In diesem Fall haben wir auf der einen Seite einen Atheisten, der etwas sagt in Richtung, die ersten Lebewesen waren wahrscheinlich sehr primitive Protozellen. Und Bruder Silvios Konter darauf ist, aber Menschen in der Antike haben Pyramiden gebaut. Das heißt, dadurch, dass Bruder Silvio das ursprüngliche Argument durch seinen Strohmann vollkommen falsch dargestellt hat, argumentiert er jetzt Punkte, die nie irgendjemand erhoben hat. Die Evolutionisten wollen uns einreden, dass die Menschen früher dumm und primitiv waren und angeblich in Höhen gelebt haben sollen. Doch die Pyramiden beweisen genau das Gegenteil. Und hier sehen wir ein weiteres Problem des Strohmann-Arguments. Man muss die Linie halten. Dadurch, dass Bruder Silvio den Anfang allen Lebens und die Antike in denselben Topf geworfen hat, muss er jetzt notgedrungen argumentieren, dass Jäger- und Sammlerkulturen, die vor der Eiszeit gelebt haben, und antike Ägypter im Grunde dieselben Leute waren. Nur um das einmal in Kontext zu fassen, die Altsteinzeit hat vor etwa 200.000 Jahren begonnen. Die ersten verhältnisweise primitiven Stufenpyramiden wurden in Ägypten etwa um 2700 v. Chr. gebaut. Das heißt, wir haben hier etwa 200.000 Jahre an Geschichte zusammengefasst. Und jetzt erzählt euch der komische Mann im Internet, dass die Mondlandung 1969 stattgefunden hat und das Gerät, auf dem ihr dieses Video guckt, deutlich mehr Rechenleistung hat als die Computer der NASA zur damaligen Zeit. Und das ist gerade einmal 50 Jahre her. Also ist es minimal problematisch, 200.000 Jahre an menschlicher Entwicklung zusammenzufassen und als früher zu bezeichnen. Sogar das größte Bauunternehmen der Welt kann dir heute nicht zu einer Pyramide bauen. Und natürlich muss man die Schlussfolgerung ab und zu mit faustdicken Lügen untermauern. Denn wir wissen nicht nur, welche Werkzeuge und Methoden an Pyramiden benutzt wurden und können das Ganze nachstellen, sondern es gibt auch moderne Pyramiden und zwar einen ganzen Haufen davon. Und wenn wir das alles beiseite schieben, erinnern wir uns daran, das eigentliche Thema war der Ursprung des Lebens und nicht der technologische Grad der Menschen in der Antike. Ihr seht, warum Stromländer so nervtötend sind, oder? Uns wird auch der Schwachsinn erzählt, dass die Pyramiden als Grabmal für den Pharao errichtet worden sind. Und, ähm, das ist ein Beispiel für, ähm, okay, ich habe keine Ahnung, wo Typ da mit hin will. Das ist nicht mehr Teil des Erklärvideos. Doch es wurden noch nie Mumien in einer Pyramide gefunden. Fast alle Pharaone sind im Tal der Könige begraben, der Rest irgendwo anders. Ja, das irgendwo anders sind die Pyramiden. Was redest du? Du machst mir Angst. Diese Pyramiden waren in Wahrheit riesige Kraftwerke, wo Strom produziert wurde. Äh, 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 was? Das ist die Wahrheit, liebe Atheisten. Also nix mit alle waren früher dumm und primitiv. Silvio, ich muss dir eine ernsthafte Frage stellen. Und ich will eine ehrliche Antwort. Hast du mir diesen Necron-Kodex bei der Ebay-Auktion vor der Nase weggeschnappt? Der Pharao hatte auch nicht die Gewissheit, dass die Pyramiden vor seinem Tod fertiggestellt werden. Ich meine, wer investiert so viel, so viel, äh, Aufwand, so viel Geld und hatte ich dann mal die Gewissheit, dass es vor seinem Tod fertiggestellt wird? Verstarb ein Pharao, bevor seine Pyramide fertig war, wurde er in einem Tempel oder einer anderen Grabstelle zwischengelagert und wurde nach Vollendung der Pyramide in diese Pyramide überführt. Das ist kein schwieriges Konzept. Und wie springst du von, der Pharao weiß nicht genau, ob seine Pyramide fertig wird, bevor er stirbt, zu Necron-Power-Pyramiden? Jetzt betet er eigentlich noch zum heiligen Alex Jones. Wenn etwas entdeckt wird, was mit der Evolutionstheorie nicht zusammenpasst, dann kommt das Militär und die Regierung und sie beseitigen diese ganzen Sachen. Aber das mache ich irgendwann anders mal weiter. Ich möchte jetzt einmal auf mein ursprüngliches Thema zu bekommen. Strohmänner. Wenn ihr euch erinnert, diese Diskussion hat mit dieser Aussage eines fiktiven Atheisten angefangen. Dass das Leben sehr primitiv und einfach begonnen haben soll. Und nach all den Strommändern und Kurven und Wendungen ist die Antwort von Bruder Silvio darauf, aber die Ägypter hatten geheime Kraftwerke und darum waren die eigentlich ziemlich schlau. Ihr merkt, wie wegen diesem Strommann Prämisse und Antworten nicht zusammenpassen. Und genau darum sollte man Strommänder nach Möglichkeit vermeiden. Man argumentiert auf Ebenen, die so nie vorgesehen waren und argumentiert gegen Positionen, die so nie geäußert wurden. Meistens beides.